Hallo, das ist die liebe Frieda, die hatte nicht so eine tolle Vergangenheit, weil sie nur in der Kette war und nicht so richtig gut verhandelt wurde und letztendlich dann sogar ausgesetzt wurde. Sie ist aber trotzdem eine sehr sanfte, sie hat keinerlei Aggression, sie versteht sich mit allen Hunden, sie passt sich gut der Situation an, sie hätte es verdient nochmal einen Neustart zu bekommen. Wie gesagt, sie sieht mich jetzt auch zum ersten Mal, deswegen ist sie etwas zurückhaltend, aber sie zeigt keinerlei Aggression oder irgendwie, also sie hat trotz der schlechten Erfahrungen nicht die Intention böse zu sein.